Das, ihr lieben Leute, ist ein Bullenhoden. Na Cäsar, so große Eier hättest du auch gerne, ne? Cäsar, die anderen dürfen auch. Von wegen Schoßhündchen, ne? So große Eier hatte Cäsar noch nie, die gibt er nicht mehr her. So sieht ein Pansom aus. Dann werden die Schoen, die Schoen umkacken wollen. Hä? Na klar. 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 Ohlni, der Manni braucht die Eier wichtiger. Da ist ja. Na klar. Ja. Lass halt die Blut hin. Wahnsinn. 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 Hall ample.